Seid Jäger oder Gejagte in der Fünf-Minuten-Jagd. Jetzt in der Spiele-Schmiede. Lange habt ihr über euren Ausbruchsplan gebrütet und endlich ist die Zeit gekommen, ihn in die Tat umzusetzen. Ausgehend vom Gefängnis flieht ihr entlang der Straßen der Stadt, eure Verfolger dicht auf euren Fersen. Die ersten zwei Plättchen dürft ihr in aller Ruhe legen, schließlich hattet ihr Zeit zum Planen. Aber dann beginnt die eigentliche Jagd und ihr müsst euch beeilen. Schnappt euch einen der Stapel und sucht euch neue Plättchen zum Anlegen aus. Legt immer an das zuletzt gelegte Plättchen an und zwar so, dass die Straßen miteinander verbunden sind. Trefft ihr auf eine Straßensperre, kommt ihr nur vorbei, wenn es Büsche gibt, in denen ihr euch verbergen könnt. Passt auf, dass ihr euch nicht den Weg verbaut. Ihr könnt und wollt nicht mehr dorthin zurück, wo ihr herkamt. Nun zu den Jägern. Die Jäger müssen sich auf die Zeugenaussagen der Bevölkerung verlassen, um die Flüchtigen wieder einzufangen. Schaut euch die Viertel des ersten Plättchens an und zählt, wo die meisten Zeugen in die Richtung schauen, in die die Gejagten geflohen sind. Legt den Marker, der zu dem Viertel passt, auf das Plättchen und macht mit dem nächsten weiter. Macht das so schnell ihr könnt und versucht so die Gejagten einzuholen. Habt ihr das letzte Plättchen erreicht, müsst ihr, bevor ein weiteres Plättchen gelegt wird, diesmal das Viertel mit den meisten Zeugen identifizieren, die in die Richtung schauen, aus der die Flüchtigen kommen. Schafft ihr das, habt ihr die Runde gewonnen. Aber ihr müsst euch beeilen, denn die Flüchtigen versuchen ihrerseits in ihrem Versteck unterzutauchen. Das gelingt ihnen, sobald sie unterwegs eine Karte, einen Schlüssel und Geld aufgesammelt haben. Haben sie alle diese Plättchen gelegt, können sie in ihren Unterschlupf entkommen und so selbst die Runde gewinnen. So schnell ist die 5-Minuten-Jagd auch schon wieder vorbei und es wird Zeit, die Rollen zu tauschen. Beginnt eure rasante Verfolgungsjagd ab sofort in der Spiele-Schmiede. Verfolgungsjagd ab sofort in der Spiele-Schmiede.